Wer ist der beste Rangang? Ich weiß nicht, man aktuell ist es glaube ich einfach schwierig anders zu argumentieren als Nettinet. Und der ist Rang 1 mit Rangang. Subnautica hat Riot Games ein Abo geschenkt. Okay. Dankeschön. Poppy gepickt. Ach du Scheiße. Schaut euch mal unser Team gegen Poppy an. Wir werden ja so hops genommen von der. Hier einkaufen willst du was, weil Messer ist. Was gibt es das? Natürlich gibt es weil Messer ist. Es ist relativ selten muss ich sagen. Mehrer gehen irgendwann dazu, dass wir das wissen. Wir wollen nicht die V-Hops nehmen. Wir wollen dafür sorgen, dass Riot Toplanche spielen muss. Und wir halt Toplanche spielen können. Unsere Soldlands geht es gar nicht gut. Ich will nur Bescheid geben, dass ich ihn gerade mache. Denn die sollten auf jeden Fall nicht vor viel abgeben. Komm, komm, komm. Watt, warum Top? So, Poppen hat auch einfach nicht hingeschaut. Hat erfolgreichen Play gehabt, aber das ist sehr riskant gewesen, also was gerade passiert ist, ne? Wann ist sie denn überhaupt gestorben? Das ist genauso, die Long ist genauso gestorben, ne? LoL. Keine Systeme für mich leider, aber loL. Keine Systeme für mich leider, Boil. Auch. Ah, lebel haben sie wieder nicht bekommen. Sollte ein Freakill sein, wenn die hittet. Aber sie muss nicht mal hätten, sie sollte wahrscheinlich was salen. Ich glaube, wir kämpfen hier, die Harry mit Gunsen, ne? Boah, das ist echt ekelhaft, man-Mate. Sollte ein Freakill sein, wenn die Hittet ist. Sollte ein Freakill sein, wenn die Hittet ist. Sollte ein Freakill sein, wenn ein Hobby mit ist, haben wir auch keine Chance. Wenn ein Hobby nicht da ist, können wir mehr gewinnen. Sollte ein Freakill sein, wenn die Hittet ist. Sollte ein Freakill sein, ne? Sollte ein Freakill sein, wenn wir die fokussen können. Sollte ein Freakill sein, wenn die Hittet ist. Sollte ein Freakill sein, wenn die Hittet ist. Sollte ein Freakill sein, wenn das ein Freakill sein kann. Sollte ein Freakill sein, wenn das ein Freakill sein kann. Sollte ein Freakill sein, wenn das ein Freakill sein kann. Sollte ein Freakill sein, wenn das ein Freakill sein kann. Sollte ein Freakill sein, wenn das ein Freakill sein kann. Sollte einen Freakill sein, wenn das ein Freakill sein soll? Setz dich, Chef.